Wie kann ich in diesen Zustand nicht mehr kämpfen müssen, keine Angst mehr haben müssen, nicht mehr leiden? Indem ihr ganz einfach Selbstbewusstsein bekommt. Indem ihr anfangt eigene Meinung zu bekommen. So ziemlich das Schlimmste, was man von einem normalen Menschen verlangen kann, ist, dass er eigene Meinung hat. Der normale Mensch glaubt, eigene Meinung zu haben, muss die gucken. Du Geist, der du mir jetzt zuhörst, hast überhaupt noch keine eigene Meinung. Du hast die eigene Meinung wie eine Entröhner Mutterlein. Du hast auch keinen Einfluss drauf, ob du ein Mann oder ein Junge, ein Mäkig bist. Du hast keinen Einfluss drauf, welche Augenfarbe du hast. Und du hast nicht den geringsten Einfluss auf deinen Charakter. Das heißt, der erste Schritt in die Freiheit ist Vergebung. Ich, Geist, mache mir bewusst, dass es in meiner von mir geglaubten Welt nichts und niemanden gibt, der noch nicht was schüttet. Erklärung dazu. Kein Baum kann sich raussuchen, was für ein Baum das ist. Er muss genau der Baum sein, der er ist. Er muss eine Kastanie sein oder eine Eiche sein, eine Linde sein, eine Buche sein. Kein Tier kann sich raussuchen, was für ein Tier es ist. Ein Mangus kann nicht sagen, ich will ein Löwe sein. Und ein Löwe kann nicht sagen, ich will ein Adler sein und über die Erde schwebt. Jedes Tier muss genau das Tier sein, was es ist. Und dasselbe geht für die Menschen. Kein Mensch kann sich sein Geschlecht raussuchen, seine Augenfarbe, sein Aussehen und seinen Charakter. Das ist die erste Grundbedingung. Wenn du nicht bereit bist, das zu akzeptieren, kannst du das ganze Gespräch jetzt abbrechen. Wobei, wie gesagt, du wirst immer das tun, was ich dir tun lasse. Aber ich mache mich ab jetzt, ab heute. Zehnder, Zehnder, 2003, ein ganz elementarer Tag zu deinem Diener. War ich eigentlich schon immer? Ich, Gott, bin dein Diener. Ich erschaffe die Welt nämlich genau in Masse zu deines Glaubens. Die Welt, in der du dich befindest, wird erschaffen durch deinen Glauben, den du zur Zeit in dir trägst und an den du unheimlich festhältst. Dein persönlicher Glaube, den du persönliches Lesen, jetzt in diesen Augenblick glaubst, in deinem geistigen Hintergrund, ist wie ein Softwareprogramm in einem Computer, das alles, was du in deinem Geist, auf deinem geistigen Bildschirm zu sehen, zu empfinden bekommst, erschafft. Es ist nicht kompliziert, was ich euch sage, es ist aber sehr abhängig, inwieweit ihr bereit seid, den Gedanken gingen, die ich jetzt in diesem Augenblick in euch auslöse. Und wenn ich sage, euch, jetzt in diesem Moment hören mich wirklich Millionen von Menschen. Du bist einer davon. Du bist eine komplett eigenständige Welt. Das, was du jetzt hörst, ist das, was jetzt Millionen von Menschen hören. Aber das, was du jetzt mit deinem Zugsystem ausfindig machen kannst, wo die Stimme herkommt, ist was ganz Einlautiges. Die Quelle dieser Stimme, die du zur Zeit mit deiner Logik lokalisierst, ist etwas, was nur in deiner Welt existiert. Wenn du jetzt zum Beispiel glaubst, du bist Rainer Michel, dann siehst du jetzt bloß den Hinterkopf. Wenn du glaubst, du bist Sabine, siehst du das Vordere. Zwangsläufig wird aber auch Rainer Michel bloß den Kopf von ihm sehen, der sieht nur viel in die Auge. Das heißt, du hast zur Zeit, du nimmst einen Stammpunkt ein, den du dir selber zusprichst. Das kann natürlich sein, wenn du hochschaust, dass du im Überlinge bist. Schau, selbst meine Mutter vergesse ich dabei nicht, wer auch immer das sein macht. Und ich kann jetzt unheimlich viele einzelne Namen sagen. Und einseitig dir klar sein, Juppie. Du bist der Einzige, der das jetzt in diesen Augenblick hört. Und du denkst dir jetzt einmal heraus und du denkst dir den Ruder aus. Weil du jetzt vor dem Lautsprecher sitzt und dein Lautsprecher zuhörst. Das führt uns zu einer Erkenntnis, dass in deinem Geist zwei Phänomene auftauchen. Einmal eine Empfindung und jede Empfindung, die in deinem Geist auftaucht, das heißt jede Empfindung, die von dir bewusst worden wird, wirst du aufgrund deiner derzeitigen Glaubenslogik zwanghaft erweitern zu einer Wahrheit. Ich halte das etwas allgemein. Du stellst dir vor, du bist jetzt irgendwo und du liest. Und plötzlich hörst du in deinem geistigen Hintergrund feindliches Geräusch. Gong, Gong und so fort. Das ist die Empfindung. Das ist das Einzige, was in diesem Augenblick existiert. Wird in deinem Geist auch ein Außen existieren? Ein Körperstuhl mit einer Körperglocke, mit einer Schräge, der die Körperglocke anschlägt? Mit Luft um der Körperglocke herum, die durch die Schwingung der Körperglocke in Scheiben verwandelt wird, die sich ausbreiten, auf dein Trommelfeld treffen? Es sind Körperglocke da. Aber es sind diese Körperglocke, die du in diesem Augenblick in deinem Geist dir denkst, sind die Realität. Es sind Wahrheiten, die du dir zwanghaft aufgrund deiner Logik ausgibst. Realität ist nicht das, was du glaubst, dass Realität ist, sondern Realität ist das, was jetzt ist, jetzt in diesem Augenblick. Realität ist die Wirklichkeit und Wirklichkeit auch altkriegisch als Praxis. Du kannst mir jetzt zum Beispiel in deinem Geist Bücher ausdehnen. Ich zeige dir jetzt in deinem Geist, ich zeige dir in deinem Geist, so ziemlich die wichtigsten Bücher, die es gibt in deiner Welt. Wenn du die verstanden hast, hast du alles verstanden. Was aber nicht nötig ist, dass du die verstehst, um in dieses Himmelreich zu kommen. Je nachdem, wer du jetzt glaubst zu sein, wenn diese Bücher in deinem kleinen Weltbild auftauchen. Ich nenne mal die Bücher. Latein, Altgriechisch, Gebräisch, Sanskrit, eine ganz normale Lutherbibel, und dann habe ich dir spaßhalterweise den Penta Dioch, die fünf Bücher, Mostes auf Hebräischen in der Rillian und dann noch einen ganz süßen Racker, großes Handbuch der Mathematik. Mehr müsst ihr nicht wissen, wenn du weißt, was da drin steht. Wenn du das hundertprozentig kennst, dann weißt du alles. Ich kenne es. Ich kenne den Inhalt. Ich habe es ja geschaffen. Nicht nur die Bücher, sondern alle Bücher, die du dir überhaupt ausdenkst. Was zu beweisen wäre, was wir dir jetzt denken. Ich lebe keinen mehr drauf, dass du irgendwas glaubst. Glaube doch einfach, was du willst, du kleiner Mensch. Für dich hat es zu sein, du glaubst, dass es ist. Ich erinnere mich hier und jetzt an eine Vergangenheit, die ich da angeblich einmal erlebt habe, da habe ich auch solche Schriftgelehrte gefragt, wie das aussieht mit Wunder. Komm du, Jesus, mach ein Wunder. Und dann glauben wir dir. Und dann habe ich gesagt, ich lege keinen Wert drauf, dass ihr mir glaubt. Und solange ihr mir nur deshalb glaubt, weil ich euch einen Zauberkundschritt vorführe, das ist kein Glaube. Glaube hat zwei Seiten, einmal für Wahrheiten, wenn du vor Gericht stehst, als Zeuge, und der Richter fragt dich was, und du sagst, ich glaube, das war so und so, dann sagt der Richter zu dir, gut, dann mach mich interessiert nicht, was du glaubst, sondern ich will wissen, was du gesehen hast. Was ist Fakt? Könnte auch jeder, der herkommen und sagt, ich glaube, dieses oder jenes, mich interessieren Fakten. Was bedeutet Fakt? Das Wort Fakt löst jetzt in jedem was aus, nämlich Wirklichkeit, Realität, wenn du normal bist. Latein Faktum, heißt Handlung der Ereignis. Das werden wir zur ganzen Palette von Umschreibungen noch bringen. Das heißt, ein Fakt ist eine Handlung. Alles, was du jetzt wahrnimmst, ist Fakt. Das ist nämlich eine Denktätigkeit von dir. Wenn du mich jetzt, in diesem Augenblick, als Mensch vor dir glaubst, dieses Bild befindet sich in deinem Geist. Alles, was du dir jetzt selbst, zwanghaft, dogmatisch, aufgrund deines derzeitigen, materialistischen Glaubens, und das ist jetzt die erste Bedünnung, euer erstes Problem ist, wenn ich sage, euer, das heißt, die Menschen, die mir jetzt zuhören, egal, wo du dich befindest und egal, was du glaubst oder wer du glaubst, derzeit zu sein, ich sage jetzt dir jetzt, was du bist. Du bist jetzt immer noch ein absolut tiefgläubiger Materialist. Ohne, ob ich nicht davon, ob du dich Christ nennst oder Katholik nennst oder Muslim nennst, du bist ein tiefgläubiger Katholik, weil deine dir anerzogenen Glaubensregeln, die du vollkommen geistlos nachglaubst, weil es dir deine Eltern erzählt haben, bestehen letztendlich nur auf nacktem Glauben, zu sagen, ich glaube an Gott ist gut, aber was du wirklich glaubst, ist, dass du jetzt in diesem Augenblick hundertprozentig sicher glaubst, dass du dich auf einer Erdkugel befindest, die ca. 40.000 km Umfang am Eklat hat, und sich mit der und der Geschwindigkeit in einem Radius von so viel ist, so viel ist, so viel ist, um die Sonne runter. Das glaubst du. Und vor allem, was das Wichtigste ist, und das ist das größte Problem, du selber machst dir hundertprozentig weiß, du redest dir ganz massiv ein, dass du Geld zum Überleben brauchst. Okay, wenn du das glaubst, dein Wille sei mir befrieden. Also glaube ich nicht, dass ich jetzt versuche, dir auszulegen, dass du kein Geld zum Überleben brauchst. Es ist Fakt. Für dich ist es Fakt. Nicht, dass es so sein müsste, sondern es ist für dich so, weil du es glaubst. Und das, was du glaubst, das schaffe ich in deiner Welt. Deine Welt. Was ist deine Welt? Es ist was ganz Intimes. Es ist eine Intimsphäre, die jeden Augenblick da ist. Deine Welt ist genau, dass das jetzt da ist. Aber da, geh mal deine rechte Hand und lande an deine Nasenspitze. Diese Nasenspitze hinten an deinem Kopf. Wo war dieser Kopf, wenn du mir die letzten fünf Minuten so gehört hast? Hast du ihn gesehen? Hast du ihn gespürt oder in irgendeiner Form wahrgenommen? Hat dieser reine materielle Kopf, der angeblich auf deinen Schultern sitzt, in irgendeiner Form in deinem Geist existiert, während du mir jetzt zugehört hast? Weil du Materialist bist, sagst du selbstverständlich. Fakt ist, Wirklichkeit, wirkliche Realität ist, dass dieser Kopf nicht existiert hat. Er war ein nicht gedachter Gedanke. Dass du glaubst, dass dieser Kopf da ist, ist Glaube. Dein Wille sei nie gefüllt. Befehl und das spinne ich dir ein. Wenn du dir einen spannenden Film anschaust, im Fernsehen, muss dir eins klar sein, die meiste Zeit existiert dein Körper nicht. Du bist da. Dass ich zur Erkenntnis bin, dass du letztendlich zuerst einmal ein wahrnehmender Geist bist. Du bist ein Wesen, das nennt sich selber ich. Und es wird mit Wahrnehmungen konfrontiert, mit Bildern, mit Geräuschen, mit Gefühlen, mit Schmerzen, mit Freude, mit Zeitsicht, mit Süß, mit allen möglichen Wahrnehmungen und du musst die ertragen. Ob du willst oder nicht. Kannst du dir raussuchen, wenn du wach warst? Angeblich warst du ja vorher weg, völlig weg. Kannst du dir raussuchen, wenn du wach warst? Wahrlich, ich sage dir, ich bin derjenige, der dich wach werden lässt. Und in dem Augenblick, wo ich dich wach werden lasse, weißt du noch nicht einmal, ob es hell oder dunkel ist, wenn du die Augen aufmachst. Du musst dich überraschen lassen. Du wirst ja nicht mal mit der Führung drei wach. Und nach deiner Logik ist es, wenn es drei ist, muss es finster sein. Und genauso wenig kannst du dir raussuchen, wenn du einschläfst. Erinnere dich doch, wie oft warst du schon im Bett und du hättest gar nicht geschlafen. Was ist Schlafen? Ich benutze jetzt das Wort Schlafen in deinem Wortverständnis. Schlafen ist eigentlich was ganz was anderes, aber ich bleibe jetzt innerhalb deiner Logik. Das heißt, du liegst in deinem Bett und du möchtest schlafen. Schlafen heißt, das Bewusstsein ausschalten. Weg sein. Ruhe. Unendliche Ruhe. Und jetzt habe ich diese Sorgen und Probleme. Geld und nochmal Geld und nochmal Geld. Wo ist dein freier Wille? Wo ist dein freier Wille? Du wirst dir die Scheiße, die ich dir denken lasse, denken müssen, ob du willst wieder nicht. mach dir das bewusst, das ist das, was ist. Und wenn ich will, dass du weg bist, dann bist du weg. Nicht, wenn du willst. Und alles, was dazwischen passiert, zwischen dem Einschlafen und dem Aufwachen, Moment einmal, das wird mir doch nicht aufwachen. Es war Abend und Morgen der nächste Tag. Es ist alles genau gespiegelt, wie ihr glaubt, da werdet ihr irgendwann nochmal behinderkommen. Das Größte, was zum Gleichsten wäre. Jetzt bitte sehr Aufmerksamkeit, äh, sehr große Aufmerksamkeit. Wenn du zum Beispiel jetzt glaubst, dass du irgendeinen Titel besitzt und stolz darauf bist, ist es eine riesengroße Auszeichnung für deine eigene Idiotie. Wenn du zum Beispiel ein Professor der Geschichte bist, hast du ein gewisses Stolz, du hast es zu etwas gebracht, du hast ein Diplom und war ich, ich Gott sage dir, du bist einer der größten Kleingeister, die überhaupt drum laufen. Auch wenn du ein Professor der Mathematik bist und ich warne dich jetzt, ich drohe nicht, ich warne dich, halte dich jetzt in den Zaun. Du weißt nämlich nicht, mit wem du das jetzt zu tun hast. Ich sage dir, was in dir abläuft. Was unterscheidet eigentlich einen Professor der Geschichte von einem Computer? Von einem Durmband gerecht? Nichts, absolut nichts. Ich gehe in den Computer hin als Gott und ich schreibe in diesen Computer irgendein Programm rein. Ich gebe irgendwelche Daten rein und wenn ich dann damit aufhöre und auf Start drücke, dann wird der Computer alles, was ich reingeschrieben habe, wird er tun. Ich habe ihm ein Handlungsprogramm, ein zwanghaftes Ablaufprogramm eingegeben und er kann keinen Schritt neben die Gleise dieser Logik das heißt, wenn ich einem Durmbandgerät irgendwas erzähle, wird es das, was ich aufgesprochen habe, wenn ich auf Statik eins zu eins wiedergehe. Nennst du das Geistsein? Du hast die Intelligenz eines Durmbandgerätes. Man hat dir angeblich nach deinem jetzigen Glauben irgendwann einmal etwas erzählt, was angeblich einer in der Vergangenheit war und du solltest so viel Vernunft in dir besitzen, dass nichts und niemand irgendwie beweisen kann, was 2000 oder vor 3000 oder vor 500 oder selbst vor 100 Jahren war. Du hast es gehört, mein Schatz. Du hast es einfach nur gehört. Du nennst es immer wieder, hat es irgendeinem anderen erzählt oder du sagst, das habe ich aus das Buch heraus. Ich betone, höre diesen Dialekt, weil das die eigene Art des Wissens ist, das Kind sehr proletenhaft, das habe ich aus das Buch heraus. Alles, was du weißt, hast du aus das Buch heraus. Und ich habe dir doch gesagt, eine Bibliothek habe ich geschrieben. So einfach ist es. Und du schriebst dabei keine Worte, du das glaubst oder ich glaube, du das nicht glaubst. Das ist so. Jeden Morgen, wenn ich dich einschalte, beginnt in dir etwas, das nennst du Wahrnehmen und Denken. Es ist im Prinzip eigentlich dasselbe. Denken baut auf einer Wurzel von Lauden auf, nämlich auf DIN. Jetzt ist es natürlich, dass es hier unendlich Geister geben, die mir zuhören und die können jetzt damit was anfangen. Die werden wir sofort aufgrund dieser Aussage Wissen liefern können und andere sagen, was meint ihr überhaupt? Solltest du jetzt damit an Wissen ausrasten, an Vorstellungen ausrasten können, es ist überhaupt nicht schlimm, macht dir keine Gedanken, hör einfach bloß zu. Versuch das, was ich jetzt sage, zu verstehen. Was wichtig ist, ist die Beobachtung von dir selbst. Wir kommen zu unserem Geschichtsprofessor zurück. Es geht darum, dass man zuerst einmal begreift, was das Wort Lernen bedeutet. Und ich verrate jetzt ein Geheimnis. Das, was du bisher als Lernen betrachtet hast, hat mit dem wirklichen Sinn des Wortes Lernen überhaupt nichts zu tun. So wenig wie das Wort Kapital in irgendeiner Form was mit Sicherheit zu tun hat oder mit Freiheit und dann genau das Gegenwärtig ausstellt. Lernen bedeutet in Wirklichkeit verstehen. Dein Vorgang des Lernens war ein Programmieren, ein Konditionieren. Lass uns nochmal das zweistellige Computer nehmen. Wenn ich mich hinsetze und ich gebe in den Computer irgendein Programm ein, das heißt ein zwanghaftes Ablaufprogramm, lerne ich den Computer was oder programmiere ich ihn? Ich konditioniere ihn auch, so nennt man das bei Menschen, bei Lebewesen. Es ist eine reine Kondition. Kondition heißt, dass du auf Sachen zwanghaft reagierst, ob du willst oder nicht. Gewisse Informationen, die in dir auftauchen, gewisse Bilder, Lebenssituationen, die werden dir Freude auslösen und andere wiederum Trauer, Angst. Wenn du jetzt erfährst, als Materialist, dass du 2 Millionen Euro in Nodder gewonnen hast oder geerbst von einer Dandel, die du nicht kanntest, dann wirst du dich freuen, ob du wirkst oder nicht. Und wenn dir ein Arzt sagt, du hast krebst, dann werde ich das nablos runterziehen. Du sagst, lalalalalala, endlich habe ich krebst. Werde ich auch einmal haben. Das ist also hier mal die Erkenntnis, das heißt, das ist dieses Programm, Schamgefühle. Ich mache jetzt mal ein Fantasiebild im Kopf, ich denke mir an, der ratet, von Norddeutschland nach Süddeutschland ohne einen Pfennig, er versucht es so mit Freundlichkeit und jetzt hat er einen Termin in Süddeutschland und weil er nicht schwitzt, weil er nicht stinken will, im Sommer, ist er mal so abenteuer Urlaub, stellt er sich in seinen kleinen Zweitschick, tut so einen Campingdusche auf, baum und wäscht sich. Und jetzt kommen Spaziergänger vorbei und die sehen den nackten Mann und die sagen, das ist ja allerhand, weil die Kinder sehen. Da solltest du dir mal bewusst machen, wie unendlich krank diese Aussage dieser Glaube ist. Was ist an der nackten Menschen schmutzig? Es ist das Natürlichste der Welt, als er in der Bibel behauptet, dass die ersten Menschen im Paradies nackt waren. Nachdem ich euch rausgeschritten habe, habe ich euch das angezogen. Wieso, wieso ist das in euch drin? Ist hier einer da, der kein Schamgefühl hat? Thomas Evangelium, Meister, wann sind wir frei? Und was habe ich geantwortet? Geh mitten auf dem Marktplatz, zieh dich schritte vaternackt aus, tanze und lache und schritte den Dreck, was die anderen Menschen von mir denken, da bist du frei. Und keine Sekunde früher. Ich mache ein neues Markus Evangelium, Meister, wann sind wir frei? Wenn du vor einer gedeckten Dorte sitzt und du hast Hunger, dann ess, so viel du willst, ess, was dir schmeckt und schritte dich an Dreck drum, ob irgendeiner von dir gesagt hat, das ist schritte und das ist giftig und das darf man nicht essen und da kriegt man Grip's, schritte dich an Dreck drum, ob du dick wirst. Was andere Menschen von dir denken, ess und lass dir's gut gehen, solltest du dem Herz nicht folge bekommen, dass du dich schlecht fühlst, weil du kein Maß und kein Ziel kennst. Aber solange es dir schmeckt, wer bestimmt, dass du schlecht bist? Ja du, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das ist übrigens auch die Wurzel aller Krankheiten. Das, was ich euch erzähle, ist die Wirklichkeit. Ihr befindet euch zur Zeit in einer Matrix. Ich hab gesagt, heute ist ein historischer Tag, ist wirklich ein extrem historischer Tag in einer chronologischen Geschichte, der 10.10.2003. Dieser Tag heute ist wesentlich elementarer, wie der angebliche Kreuzigung Jesus Christus. Es waren zwar die allerwenigsten Geiste, die mir jetzt zuhören, verstehen, heute ist der erste Tag, wo ihr die Matrix selber geloben könnt. Heute ist der offizielle Verkaufstag der Matrix 2. Manche, jetzt haben wir wieder ein Geräusch, mit dem viele, die jetzt diese Stimme hören, überhaupt nichts anfangen können. Manche sagen, das ist irgendein Kinofilm, hab ich es gehört, manche haben ihn sogar schon gesehen, weil sie im Kino waren, sie mussten aber ins Kino gehen. Ab heute kann man die Matrix selber gelogen. B-Logic. Das heißt, ich gebe euch jetzt die Möglichkeit, eure Welt vollkommen zu verändern. Jeden Einzelnen von euch und jeder Einzelne von euch hat seine eigene Welt und seinen eigenen Glauben aufgebaut. Ändere deinen Glauben und ich verändere für dich die Welt. Ich bin gezwungen, innerhalb eurer Logik zu reden. Da ich jetzt mit euch in Kontakt rede. Ich könnte jetzt sagen, biblisch, ich bin der Megatron. Megatron ist die Stimme Gottes. Für einen gewissen Klientel, der Geiste, die mir jetzt zuhören, verweise ich auf den Film Dogma. Es sieht dazu folgendermaßen aus, dass ich alles, was ich in euren Geisterzeiten sichtlich mache, raumzeitlich ausdrücken muss. Was heißt raumzeitlich? Raumzeitlich heißt, dass ich von anderen Menschen spreche, von einer Vergangenheit spreche, von einer Zukunft spreche, die eigentlich überhaupt nicht existiert. Es ist alles, was es ist jetzt. Hier in dem kleinen Buch, das sich die Bibel schüttelt, wobei das original auch noch ganz andere Seiten aufzeigt, wo man sie lesen kann. Kleine Lutherbibel, steht eigentlich alles drin. Da gibt es dann ganz am Schluss eine Johanneshofenbauerung, übrigens auch in der Baccaratide und im Koran. All diese Schriften wurden von mir geschrieben. Das heißt, ich ziehe keine vor und ich sage nicht, eine Schrechte, die sagen alle im Endeffekt dasselbe. Zum Beispiel die hebräische Bibel, diese heilige Schrift im Original besteht sie aus hebräischen Schriftzeichen. Ich habe einigen von euch schon einiges über diese hebräischen Schriftzeichen erzählt. Das sind die Energiewesen. Das, was ich euch jetzt erzählt, ist nicht esoterisch, aber das sind jetzt etwas Solare, die müssen einfach stehen lassen, das können wir nicht überprüfen. Ich weiß jetzt daraufhin, ich verlange auch nicht, dass ihr das glaubt. Ihr sollt einfach zuhören. Glauben seid ihr nur das, was ihr hier und jetzt überprüfen könnt. Glauben meine ich jetzt empfindungsmäßig, dass ihr wisst, das ist Wirklichkeit, das ist richtig, das ist das Einzige, was wirklich Realität ist, das ist jetzt. Alles andere sollt ihr für möglich halten. Benutze nie das Wort unmöglich, weil du schlägst dir sämtliche Türen zu. Wenn du ein freier Geist dran willst, musst du das alles für Möglichkeiten, auch wenn du das mit deiner Logik nicht anfassen kannst zur Zeit. Wenn es Haarsträubend für dich ist, wenn es dir den Magen umdreht, wenn du anfängst, das für dich bisher vollkommen undentbare Verdenken, öffnet sich dein Geist für neue Bereiche. Solange du nur auf den Gleisen deiner derzeitigen Logik zu denken wachst, hast du die Freiheit von einer Eisenbahn. Mit allem, was zu einer Eisenbahn gehört. Du kannst nach diesen Gleisen fahren und kannst keinen Schritt nach rechts und nach links. Du hast eine unvorstellbare Dreckheit, wie beim großen Intersidio oder bei diesem Tüterzug. Wenn du jetzt sagst Stopp, wirst du feststellen, dass du erst eine halbe Ewigkeit später zum Stehen kommst, zum Beispiel wenn du 180 bist wegen irgendwas. Du kannst nicht einfach sagen Stopp, sondern du wirst merken, diese Aufregung klingt ganz langsam ab. Oder erkenne ich die Situation und in einer unmittelten Situation einen Lach bekommen. Ja, das ist so, ihr stellt euch jetzt mal vor, ihr seid hier in der Freilicht Ober, eine ganz traurige Säle, hier ganze Stille und ganz leicht von es spricht einer, ich mache jetzt eine raumzeitige Sache und ich sehe was und flüstere meiner Frau raumzeitlich, ich flüstere meiner Frau ist im Ohr, das ist was lustiges und alle schauen gespannt auf die Bühne und meine Frau glich an Lachkrampf Du kannst an Lachkrampf nicht auf, stell dir vor, du sitzt in einer vollen Ober, es ist absolut diese Stimmung und kriegst einen Lachkrampf Beinlich, beinlich, beinlich. Was dann natürlich passiert ist, dass dem Nebenmann der hat wie beim Lachsack nicht anders gekonnt und die die weiter weg waren, die wussten überhaupt nicht, um was es geht. So hat das ja Unverschämtheit, die kann man in der Ober lachen. Wer sucht sich der, der zum Lachen anfängt, raus, was er zum Lachen anfängt? Bisschen Disziplin. Ich fordere von euch eine Disziplin. Ich fordere von dir eine unvorstellbare Disziplin, aber eine ganz andere Disziplin wie die, die du bisher versucht hast zu leben. Ich verlange nicht von dir, dass du dir irgendwas verknäufst. Was ich ab jetzt von dir verlange, dass du das bist, was du bist. Das, was du als individuelles Wesen bist, dass du genau das bist, was ich dich geschaffen habe. Und ich werde jetzt sagen, was du bist. Zuerst einmal ist ganz tief in dir drin Mensch. Momentum bist du bloß ein Programm. Du wirst erst Mensch sein, wenn du dieses Programm sein überwunden hast. Das beginnt, dass du anfängst, nicht mehr normal sein zu wollen. Solange du nämlich normal bist, bist du normiert. Und diese Normierung hat natürlich wie alles zwei Seiten hat. Das ist übrigens auch sein Gebot. Alles hat zwei Seiten. Diese Normierung in der Bibel steht da, du trägst das Zeichen des Tieres auf der Stern. Diese Normierung ist dieses Programm. Du reagierst zwanghaft, weil du normiert bist. Und erst wenn du verrückt bist, wenn du dich aus diesem Programm herausrückst, selig sind die Verrückten, die sind mein Himmelreich. Erst dann bist du ein außergewöhnlicher Mensch. Hör dich diese Worte an. Du lebst dann außerhalb deiner zwanghaften Gewohnheiten. Was nicht heißt, dass du das unbedingt müsstest, wenn es dir da drin Spaß macht. Aber du kannst, wenn du willst. Du kannst aus dem Käfig raus, die Tür immer auf dem Stitt und du bist frei. Du bist dann nicht für alle anderen normal normierten Menschen, wenn du nicht mehr ihrer Norm entsprichst, nicht mehr normal, der ist ja nicht zurechnungsfähig, der Typ. Weil ihre Norm ja nur eine gewisse Zurechnungsfähigkeit zulässt. Du solltest jetzt sehr genau auf diese Worte auch für dich betonen. Weil du noch nie dir Mühe gemacht hast, die Worte zu beobachten, obwohl hier es doch ganz eindeutig hast, im Anfang war das Wort, alles was geworden war, war Wort. Als modern aufgeklärter Mensch weißt du was ein DVD ist und eine DVD was ist auf der DVD eigentlich drauf? Ja ein Film natürlich. Auf der DVD ist überhaupt kein Film mehr drauf, sondern da sind eigentlich bloßbüchchen und Stückchen drauf. Ein und aus, ein und aus, sonst nichts. Und ein gewisser Code wie Barmose Code wird jetzt zusammengefasst werden Sätze und aus den Sätzen werden Geschichten und was jetzt das eigenartige ist in dem Augenblick wo du einen Buchstaben siehst und du konzentrierst dich nur auf einen Buchstaben denkst du nicht an die Worte wenn ich dir jetzt ein Wort gebe ich sage jetzt zum Beispiel einfach wieder das Geräuschfenster wenn das jetzt einfach in deinem Alltag auftaucht dieser Gedanke oder in der Zeitung in Nein in dem Moment wo du auf der Worte Ebene bist lösen sich die Buchstaben auf in deinem Geist das ist das Kegel Beispiel in dem Augenblick wo du einen Kegel siehst denkst du nicht an 3 3 obwohl du sehr wohl wenn du einen festen einen fixierten Shampoo ein einen Kegel so hindren kannst dass du einen 3 siehst und du kannst die so hindren dass wie ein Dreieck aussieht wenn du den Kegel als Ganze siehst ist Kreis und Dreieck weg obwohl du auch dieses Ganze als Substanz Kreis und Dreieck hat und wenn ich den Kreis für gut setze und das Dreieck setze ich für böse heißt das wenn du den Kegel sehen kannst bist du im Satz von gut und böse um zusammenzufassen aus Buchstaben werden Worte in dem Moment wo du die Worte siehst lösen nicht die Buchstaben auf aus Worten werden Sätze wenn du einen Satz dir bewusst machst löst sich das einzelne Wort auf aus diesen Sätzen werden Geschichten und aus diesen Geschichten werden Wahrheiten Wahrnehmungseinheiten von dir was heißt das du bist du erst einmal ein Geist und der wird ständig wechselnd Informationen kommt von dir beachte bitte das Wort Information wenn du jetzt glaubst dass vor dir ein Mensch steht und zu dir spricht dann ist diese Wahrnehmung die du jetzt tätigst deine Information das heißt du wirst dich erst dann sehen wenn dieses Bild sich in deinem Geist befindet ich sag jetzt nicht in deinem Gehirn weil das ist so eine Sache ein Gehirn ist ein Ding das du aus denkst weil man dir das erzählt hat nicht ein einziger Mensch hat jemals sein Gehirn gesehen selbstverständlich ist das Gehirn da so ein Blödsinn wie kann man sowas glauben wird sich jetzt die normale Logik wehren was nichts an der Tatsache ändert dass es keinen einzigen Menschen der jemals mit alter raum sein Gehirn gesehen hat das ist das was ich Realität nenne und ob dir das passt oder ob dir das nicht passt das ist so siehst du jetzt Sonne Mond und Sterne so jetzt pass auf Sonne Mond und Sterne haben bis jetzt in einem Geist überhaupt nicht existiert du hast sie wieder gesehen noch gespürt noch in irgendeiner Form gedacht sie waren eigentlich gedachte Gedanken und jetzt kannst du dir hundertprozentig sicher sein dass Sonne Mond und Sterne diese Geräusche sich in deinem Geist befinden als Information das sind Empfindungen Sonne ist nur ein Geräusch Mond ist ein Geräusch und jetzt aufgrund deiner Matrix deines logischen Programms für etwas modernere Leute das ist ungefähr so wenn ich einen Scanner ein Schriftstück ein scanne im Computer und dann lasse ich das durch einen Schrifterkennungs Filter laufen dass ich das im Text dabei einlesen kann wirst du zwanghaft dir jetzt etwas vorstellen das sind aber wieder Wahrheit die Empfindungen oder die Empfindung Sonne die Empfindung Mond oder Stern ist nur ein Geräusch ein Wort und auch von meines jetzigen logischen System das du von mir übrigens hast wirst du dir jetzt was ausrechnen nämlich ein hydrozentrisches Weltweg und wirst dir selber hundert tatsächlich sicher glauben machen dass das ganze Zeug auch da ist wenn du nicht dran nimmst das ist das was jetzt ist das ist Wirklichkeit es ist möglich sag ich jetzt zu dir dass der Außen Sonne Mond und Steine sind wenn du nicht dran nimmst es wäre aber auch möglich dass es nicht so ist weil du kannst jetzt im Moment relativ wenig dazu sagen ob jetzt der Steine und Mond existieren selbst wenn du raus gehst Bustekoch selbst mit der Sonne hast du Probleme dann musst du anfangen die hinter die Wolken zu glauben das heißt du glaubst dir die Sonne hinter die Wolken und du wirst jetzt auch vollkommen logisch für deine Logik erklären wie so dass du dem Hund um die Steine nichts ist es ist alles 100% logisch aber ich hör zu es ist 100% logisch aber es ist nicht beisreich wir haben festgestellt ein Computer kann logisch sein oder er ist kein Geist der kann nicht denken Lernen ich komme zurück zum Lernen was ist nun wirkliches Lernen Lernen ist nicht Konditionieren für gebildete intellektuelle Menschen das was hier Babloff macht der Babloff Hund der beschreibt Kondition Kondition heißt dass das ein Gewöhnungseffekt ist das was ich einhimmere das wird das Lebewesen oder der Computer auch tun es ist einfach ein Reaktionsmusik das vollkommen zwanghaft abläuft was hier sehr interessant ist zum Beispiel ist